Moin Leute, Willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Bees. Heute mit etwas ganz Besonderem, deswegen auch draußen bei dem schönen Wetter. Wir sind auf Orientierungslauf, haben uns aber schön was für die Freunde mitgenommen, nämlich Friends of Lafroig, die Sonderabfüllung Care Dust 2024. Anlass sind 30 Jahre Friends of Lafroig und klar, Fisch-Ear stehen natürlich auch mal wieder an. Da haben die sich von Lafroig was Schönes rausgesucht, nämlich Mix aus Peaks und Triple Wood. Das Ganze haben die auch mit Altersangabe ausnahmsweise gemacht, also 10 Jahre bringt das gute Stück aufs Board. 52,4 Prozent. Bei diesem Anlass hast du gedacht, du nimmst mal all deine Freunde mit auf die Wanderung. Wir sind zu zweit unterwegs. Aber Farbe ist schon mal echt ein Brett. Man sieht es wahrscheinlich nicht. Seht das? Ich komme mal ein bisschen dran. Ich mach weg. Seht das? Das ist wirklich ein kaminroter Ton. Ich hoffe, man hat dich nicht gehört. Jetzt geht es auf jeden Fall. Wir bekommen hier gleich noch ein bisschen Besuch, nicht wundern. Die sind noch ein weiterer Freund. Auf jeden Fall haben wir hier ein schönes Tröpfchen. Und ich bin natürlich sehr gespannt. Das erinnert mich an eine Abfüllung, die wir auch direkt von Lafroig mal mitgenommen hatten aus dem Pass. Also die Kombi PX Lafroig, davon haben wir uns schon immer eigentlich begeistern lassen. Ist halt nicht so regelmäßig zu kriegen. Also klar, als Standard. Aber mal was Besonderes von denen kommt man nicht so regelmäßig dran. Triple Wood hattest du schon gesagt? Ja, Triple Wood, klar. Aber diese zwei Klassiker mal kombiniert und dann mit besonderen Fässern. Also alles, was sie besonders mit PX in Kombi haben, fand ich bisher eigentlich geil. Insofern würde ich sagen, probieren wir das Ding noch mal. Riechen oder probieren? In der Nase probieren. Okay. Hat auf jeden Fall was schön angenehmes, holziges. Bisschen so dunkler Honig. Dunkle Früchte, aber ganz... Sehr würzig. Sehr würzig, ja. Torfig natürlich ein bisschen. Also der typische Lafroig-Charakter, so dieses Phenolische, finde ich relativ gut eingebettet. Das ist schon ein Upper Class, muss man sagen. Das ist ja jetzt nicht mit einem Cortra-Cast zu vergleichen, sondern das ist hier schon wirklich feines Zeug. Ich finde die Spur geiler als so die normalen PX, die normalen Triple Wood. Ich finde so ein bisschen Tanne mit dabei. Vielleicht harzig. Ja, harzig. Wo ich gerade so ein bisschen gedanklich bin, ist hier Stowning mit diesen... Wie heißt das? Die haben noch diese Sonderabfüllung da. Mit... Chaos. Ne. Wo die das besonders befeuern. Mit... Ach so. Heidekraut. Mit Heidekraut, ja. Da geht er so ein bisschen in die Richtung, komischerweise. Ja, der hat eine geile Aromenpalette. Nicht so speckig. Die Alkohol ist auch gut eingebunden, also von der Nase her finde ich... 42,4, da kannst du nichts sagen. Super eingebunden, ne. Ist auch der erste für uns heute. Kommt, slantje wa. Slantje. Geil. Boah. Jetzt kommt der Torf aber voll durch. Boah. Schärfe. Pfeffer. Torf. Würzig. Speckig. Ja, die Süße tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Sehr warm. Und zum Antritt fand ich die ein bisschen präsenter. Aber auch gerade im Abgang finde ich ihn vor allem wirklich würzig, pfeffrig, torfig. Also alles, was man so mit La Freug noch verbindet. Aber das ist keine Pfeffrigkeit, wo man jetzt so sagt, boah, das ist völlig drüber. Sondern das ist total, so lagerfeuermäßig angenehm. Ja. Ganz gut eingebunden. Ich finde auch, es schmeckt, ne. Geiles Zeug. Ich glaube, das schmeckt mir sehr gut. Hat wirklich eine Würzigkeit, also da muss man schon drauf stehen. Aber ich muss auch sagen, wie Till gesagt hat, das ist unser Erster heute. Ja, und der Alkohol, ne. Und dafür ist er brutal gut, ne. Also ich sag mal, wenn das der zweite oder dritte wäre, der würde, glaube ich, einige in die Tasche stecken. Insofern performt er hier gerade sehr gut. Jetzt so beim zweiten Trinken wird beim nächsten bestimmt auch noch, wird er immer kräutiger, finde ich. Also so eine Mischung aus, ja vielleicht so Kräuterhonig, ne. Also die Süße kommt jetzt bei mir immer mehr. Aber was ich schön finde, ist, dass die Pfeffrigkeit da bleibt, aber so ein bisschen mehr, ja, unterstützt wird durch die Süße, ne. Also das Ding hat sich mal gelohnt, ne. Ja. Die letzten Jahre Kärdas fand ich auch okay, aber Preis-Leistung hat da ein bisschen geschwächelt, finde ich. War auch keine Altersangabe und so weiter, hat so ein paar Schwächen. Bei dem hier, muss ich sagen, zum 30-Jährigen kann die sich nicht lumpen lassen. Sehr lecker. Also ist wirklich eine Empfehlung wert. Ich weiß nicht, ob du schon über den Preis gesprochen hattest. Machst du da was zu sagen? Ja, wie jeder kennt das, ne. Also ist eigentlich der Standardpreis das Ding. Ich hab's jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber um die 90 Euro liegt da. Genau 95 Euro. Ja. Und Versand halt, ne. Also, wir können mal sagen, so 90 bis 100 liegt der. Das ist schon eine Ansage, aber ich sag mal für den Lefroy, in der Qualitätsstufe auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ne. Also da ist er schon echt top dabei. Klar, den wird's nicht unendlich lange geben, aber die haben schon eine große Stückzahl gemacht. Klar, bei dem 10-jährigen Triplewood und PX haben die sich ein paar schöne Fässer dann geholt. Aber das ist jetzt nichts, wo die sagen, okay, das Ding limitieren wir mal auf 500 Flaschen oder 100 Flaschen oder so. Oder wie viel auch immer. Sondern die wollen damit schon ein kleines Geschenk, glaube ich, an die Community geben. Also für mich ist es super gelungen. Ich hab noch so ein bisschen Limette und ansonsten echt pfeffrig auf jeden Fall, ne. Aber schön. Also gefällt mir. Hat man nicht so häufig. Ja, also von Lefroy ist so einer der besten Abfüllung, würde ich sagen, die sie rausgebracht haben so der letzten zwei Jahre. Also gefällt mir. Ich erinnere mich an diesen, ich weiß leider nicht mehr, was für ein Fass das war, aber das hatten wir auch im Video, glaube ich, von Lefroy, was ich aus dem Fass gezogen hatte. Da geht er in die Richtung. Der ist so ein bisschen, das war, glaube ich, ein Fino. Der war natürlich deutlich anders vom Cherry Charakter, aber der hier hat so ein paar Noten davon. Das gefällt mir echt gut. Also da merkt man schon, wie gesagt, dass Lefroy kann auch eine andere Ecke außer diese Cortra Cars, sage ich mal, bestreiten. Insofern lohnt sich das immer mal wieder da hin zu gucken. Also das hier ist nicht so die Apotheken-Schiene, die sie sonst so gerne haben, ne. Das ist schon geil. Definitiv. Macht Laune. Wollen wir den mit Noten? Ich würde den gerne mit Noten. Ja? Soll ich anfangen oder wie? Ja? Also ich mache mal heute ein Sonder-Rating. Farbe, ja? Der ist wirklich 95 Punkte. Farbe ist super. Ansonsten... Ansonsten 60. Nein, ansonsten aber auch wirklich sehr gut. Ich mache jetzt erstmal ohne Preis. Und dann muss ich sagen, Nase 90, 91 Punkte. Der Geschmack auch gefällt mir sehr gut. Könnte noch mehr haben, aber deswegen 89 Punkte und im Abgang auch 90 Punkte. Also es ist wirklich so einen relativ glatten 90er Whisky für mich. Da kann ich nicht mehr lachen. Und wenn ich jetzt den Preis einbeziehen würde, würde ich vielleicht nochmal einen Punkt abziehen oder so. Aber ganz ehrlich, wer Lafroig mag, der sollte hier auf jeden Fall zuschlagen. Ja. Also rein subjektiv, ne. Klar, man kann dafür einen ähnlichen Preis auch ein bisschen mehr kriegen. Aber ich meine Lafroig, ne. Sondererfüllung, das ist schon geil. Und wenn er dann auch super schmeckt, und das tut er hier, kann man sich nicht beschweren. Ich gebe mir immer Nase auch 89 Punkte. Einen Beschmack gehe ich auf eine 88. Im Abgang finde ich einen wirklich gut, gebe ich einen 90. Also durchweg gelungenes Ding. Ansonsten Kehrdas finde ich wirklich so drei, vier Punkte schlechter. Also das hier, wenn man Kehrdas sammelt, sowieso zuschlagen. Ansonsten, wenn man immer mal geliebäugelt hat, ne. Jetzt ist der Moment gekommen, sich das Ding mal zu holen. Ja. Schöne Sache. Also insofern Kaufempfehlungen für 95 Euro, kann man natürlich immer überlegen. Aber wenn man Lafroig mag, dann sollte man auf jeden Fall zuschlagen, würde ich sagen. Ja. Und wenn man auch so ein bisschen Würzigkeit, Pfeffrigkeit mag, dann ist man hier gut aufgehoben. Das ist top eingebunden. Ja und wie viele Whiskys mit über 50% kannst du als Starter trinken und die erschlagen dich nicht. Also der hier wird immer Performer am Abend. Klar, wenn man vorher einen 60%igen hatte, nicht. Aber sowohl als Starter, Anfänger Whisky oder auch wenn es später wird, kann das Ding überzeugen. Das ist schon eine reife Leistung. Perfekt. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, vergesst nicht zu abonnieren. Die Glocke. Die Glocke. Zu kommentieren. Wir sind bald auch bei Twitter, glaube ich. Ja. Nein, sind wir nicht. Erstmal müssen wir noch ein Stückchen wandern. Dann sehen wir, als wir aus Hause sind. Wir müssen erst mal wieder nach Hause kommen. Sind wir hier überhaupt. Alles klar. Macht's gut. Ciao.